Wetten sind offen, Leute. Ihr könnt jetzt gegen mich wetten oder auf mich wetten. Jetzt oder nie. Wir spielen gegen... Offensichtlich gegen den Inter. Wir spielen gegen Lissandra und sie intet. Der Teleport auf die Lane in 2K19. Lissandra, also wir, gibt es zwei Dinge, die wir tun können. Das erste Ding ist, auf sie zu scheißen. Weil, ganz ehrlich, sogar ein Talon Outscale Lissandra einfach Müll ist. Das andere Ding ist, wenn wir sie traden wollen, das heißt, Ziel 1, Tiamat, First, Pushen, Roman. Was wir ebenfalls machen könnten, wäre, wenn... Man kann sie traden, sie ist gar nicht, guck mal, sie stimmt sogar an Minions. Ähm, was wir machen können, ist, auf sie zu engagen. Sie führt mich ein, warten, bis Aftershock raus ist. Und dann die Blutung reinböllern in ihr Gesicht. Komm, die intet doch, ich sag's euch. Jetzt hab ich allerdings die Kanon verloren, aber vielleicht war das ja worth, wenn sie gleich stirbt. Dann musste ich mich jetzt entscheiden, Kanon oder sie, ey. Das ist schon ein harter Trade. Die intet doch, da kann mir doch keiner zählen. Also, von vorne bis hin... Das ist so eine Person, die einfach First Time Lissandra pickt, ich schwör. So, weil... Oh, der Gegner hat Talon gepickt. Da picke ich jetzt Lissandra rein. Ist bestimmt gut. Lollcounter.com Talon Der Overkill-Igner hat... Das war... Ich würd's genau so wieder machen. Das war very fine. Hauptsache, das Wasser läuft aus ihr raus. Hauptsache, das Wasser läuft aus ihr raus. Wär sehr richtig lustig aus, wenn da so eine Wasserspur wär. Ja. Guck mal, die hört jetzt das Aftershock war... Äh, wir müssen drauf. Guck mal, die Blute. Die hört nicht auf zu innen. Hört auf zu innen. Hört auf zu innen. Hört auf zu innen. So, jetzt können wir ein bisschen freezen rein, theoretisch. Also, naja, nur in der Theorie, weil in der Praxis sind die alle low. Also, wir dürfen natürlich jetzt auch nicht overtreiben, aber die spielt halt giga kacke. Also, zweimal töten ist auf jeden Fall drin, eigentlich. Wir sollten aber nicht dafür greeden, also... Ich glaub, die versteht meine Passive auch gar nicht, ich hab das Gefühl. Die sammelt immer die Dinger ein. Ähm, so. Wie sieht's aus? Botlane? Faker macht das ja irgendwie über diese Tasten. So immer. Der guckt immer hier, dann weiß er immer sofort, ne? Also, der Plan ist, sie uncuehen, gefriert werden, die Blades werfen, damit sie geslaut wird, hinlaufen, Blutung. Also, könnte man machen. Könnte man machen. Sie hat auch Schuhe gekauft. Warum die... Warum... Wie kann man so viel inten? Warum kauft sie Schuhe? Was kostet außerdem 300 Gold? Frage an euch. Quizfrage. Was kostet 300 Gold und könnte in diesem Mad Drop möglicherweise worth sein? Das reicht überhaupt nicht. Ne. Aber wir haben sie nach Hause geschickt. Oh lol, was passiert hier? Äh? 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 No, jetzt, okay, ich intere auch. Aber ich glaube, wir kommen damit davon. Warwick läuft gerade nach unten, das ist gut. Frage ist, wo geht drinnen mehr lang? Hier? Ne. So, das heißt, wir können jetzt direkt into Botlane ganken, Leute. Very geil. Also, ja, okay, hier geht nichts. Schade. Ja, oder? Geht da was? Ich hab halt wenig AP, aber ich würde eigentlich sagen, da geht's sogar... Oh, okay, wir haben den Flash bekommen. Wir haben den Flash bekommen, das ist an sich eigentlich fein. Eigentlich bin ich jetzt sehr lange nicht in der Mitte. Also, Botlane ist auf jeden Fall Potential, da müssen wir hin, Roman realen. Guck mal, ein Control-Wort. Bam. Da ist auf jeden Fall Potential. Da hab ich... Ja, das schafft ihr, Leute. Autotex. Schön. Hä? Fußburen? Hä? Fußburen. Hä? Fußburen? Leute, kauft euch niemals Schuhe. Außer ihr wollt Schuhe. Dann kauft euch Schuhe. Sie ist jetzt gerade shoppen. Das heißt, wir pushen jetzt gigamäßig durch und roamen. Wir warten aber schön auf die neuen Minions. Das ist wichtig. Fre. Auto-Tick into Fre. Into Bell. Into Slay. Brr. Brr. Wir können jetzt zur Toplane roam. Wir haben nämlich noch, ähm... Man sagt auf Englisch, to have a Bill open with. Den Bill öffnen. Das Problem ist, ähm... Er hat halt Ult. Wir müssten ihn so schnell töten, dass er nicht Ulten kann. Aber er wird locker Ult drücken, oder? Wenn sie reinpushen würde, dann könnte man hier Dinge tun. Ich glaub, er weiß nicht, dass ich hier bin. To open the Bill. Okay, das hat nicht geklappt. Also ja, wir haben sein Ult, aber er ist halt nicht tot. Aber er muss jetzt halt shoppen. Das heißt, wir können, wenn Violent jetzt die Mitte holdet, hold my beer, können wir halt hier Taking Tower, Taking machen. Wenn es um Tower Place... Wie so haut sie ab? Ich glaub, er hat einen Dämonen gesehen. Tschüss. Mehr Geld für mich. Ja, geil. Free. Free. Free Money. Hä? Fußburen? Warum sollte man fürs Tor nehmen? Oh, komm, den nehm ich jetzt. Wenn ich jetzt sterbe, ist das Karma schuld. Mich trifft hier keine Schuld. Ah! Ja, ich dachte, ich komm vielleicht schnell genug rüber. Man hätte den Turm einfach nehmen können. Mich trifft hier keine Schuld. Ich bin raus. I'm out. Ich bin raus. Mich trifft hier Very keine Schuld. So. Ah. Lassen Sie das. Lissandra. Stopp. Last Chance. Gehen Sie fort. Sie hat kein Mana. Darf ich das haben? Ist das erlaubt? Danke. Heftiger Schaden. Full AP Champ, by the way. Heftiger Schaden. Heftiger Damage. Ich hoffe, sie hat kein Teleport. Oh, das wäre ein Festchen. Ein Festchen wäre das. Das wäre ein Festchen. Oh, ja. Mein Schatz. Oh, nein. Gib es mir. Gib. 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 Kanone, mach. Nice. So, jetzt gehen wir round bot land. Oh, geil. Oh, oh. Oh, oh. 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 Wo's, wo's, oh. Oh, wo's Trinks? Trinks. Oh, oh. Oh. Ja. Oh. Ja. Der Blutung nicht mitgenommen. Ähm. Alter, was passiert eigentlich? Alter, ich hab irgendwie... Ich hab irgendwie gekillt. Ich hab den Wolf abgestauen. Alter, was passiert? Was passiert? Für typical bot lane. Mach richtig Bock, hier. ist gut den stream werde ich übrigens dann auch auf porno hochladen falls ihr lust habt müsst einfach nur meinem kanal verloren erotik feeding ich reagiere auch auf das ein oder andere porno video also einfach mal vorbeischauen so ich kann meine finger nicht verlassen jetzt auch was passiert hier immer ein genuss ich würde sagen würde es die quicksale ringer warakan rabadon rabali de unions later miau miau und tschüss der elothek eine adk besprung dinge gute art und nein ich habe mich selber platz aber interessiert gar nicht naja dings gutes champion design also du mit stück so jetzt ist aftershock raus warten 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 auto tech und auto tech die sandra ap champion omega 0 aftershock also eigentlich bin ich ja nicht so sexy aber wer lesantra mit aftershock spiele tut mir leid ist es ist dass so was macht man dich leute das macht gitu tag bist du warrig so nicht bist du warrig passt auf leute ha 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 sie hat mich outplayed stopp no dog no doggings ja 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 gewonnen Ich hoffe ihr seid glücklich So, wir müssen jetzt aber gucken, dass wir das Game gewinnen, Leute. Wir sind very fine im Game, 9-3, das ist quite okay, aber da muss mehr gehen. Ich würde sagen, wir töten... Na, wenn du gerade nicht weißt, was du auf der Map machen sollst, dann tötest du einfach den Gegner schon Adi Carry. Nice. Sie wurde entdeckt und jetzt kann sie getaked werden. Hä? Fußburen? Was ist das denn hier für eine Aktion? Aber das geht... Ja, okay, ja, ja, so... Ja, okay. Ja, okay. Äh, 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 äh. Ne Jinx, free to go, geil, da hab ich Bock. Alter, ich outplay mich immer selber und töte sie trotzdem. No, no, lol, kann ich hier einfach gehen? Tschüss, later. Hä? Oh man Sneaky, sneaky, sneaky Sneaky, sneaky, sneaky Ich kann auch mal die Wolves take in der Zeit Ne, bevor der Wolf die Wolves take Komm, wir sind wie so ein Giga-Agent Er läuft jetzt hier lang Ich sneak jetzt hier lang Und jetzt sneak ich hier lang Alter, Giga-Agenten-Agenten-Gameplay, Leute Das Giga-Agenten-Gameplay Das könnte noch sein, dass der Hund hier muss Es wird jetzt Alarm geschrafen Hä? Fußburen? Geh weg, bleiben sie fort Nice Man nennt mich ja auch Snake, Assassin, Lord Aram, Earthmeister Outplayer Brä 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 Brääau Ja, very welcome Very welcome, game Very, very welcome Können wir ein bisschen Tor platen Taken, mein ich Brä Brä Au Schön Und der Nächste ist gefinished Very, very welcome Don't play Lissandra and make Elo And drive Plus 17 Ne, 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 ne Ich hab minus 40, Leute Jetzt Aber wir haben gerade eins verloren Aber wir kriegen jetzt locker Lasst uns raten Lasst uns in die Zukunft schauen Also Wir hatten plus 22, 21 letztes Mal Manche auch 20 Jetzt haben wir ein Game auf 0 LP verloren Was very schmerzt Ich sag Plus Äh Ein, äh 20 oder 21 See Oh 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 Don't let Oh 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 Don't Don't Oh Bis zum nächsten Mal.